Der Nachmittag ist schon weit fortgeschritten. Ich stelle deshalb auch nur diejenigen sehr kurz vor, die noch nicht hier auf dem Podium waren. Das ist zum einen, ich fange rechts an, Professor Thomas Schildhauer, Professor an der Universität der Künste und, und das ist, denke ich, in diesem Zusammenhang besonders wichtig, designierter Gründungsdirektor des Alexander von Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft an der Humboldt-Uni. Dann, sehr zu meiner Freude, zu meiner Rechten sitzt Monika Hagedorn-Saupe, Professor Monika Hagedorn-Saupe. Sie ist stellvertretende Leiterin des Instituts für Museumsforschung, aber ich finde, am besten beschrieben wird sie immer so, wie ich sie gerne nenne, als Handlungsreisende in Sachen Kultur. Ich kenne, glaube ich, niemanden, der in so vielen Gremien, an so vielen Stellen, so beharrlich für die Kultur streitet, wie Frau Hagedorn-Saupe. Dann zu meiner Linken Anja Horstmann, Historikerin aus Bielefeld und, wenn ich das als kleine persönliche Anmerkung noch anfügen kann, ebenso wie ich aus Minden in Westfalen. Wem gehört das kulturelle Erbe? Das ist irgendwie eine sehr große Frage. Wir haben viel darüber gehört, wie sich verschiedene Akteure in dieser digitalen Welt um das kulturelle Erbe kümmern. Ich fange mal an damit, dass ich die hier auf dem Podium sitzenden einfach mit einer kleinen Eingangsfrage um ein Statement bitte und denke, dass wir dann dadurch in eine Diskussion auch mit dem Publikum kommen. Max Senges, gehört das digitale Erbe Google? Das glaube ich nicht. Wir sind ja ein Plattformen-Provider und insofern sehen wir uns eher in der Rolle, ein Werkzeug zur Verfügung zu stellen, um es zugänglich zu machen. Ich denke oder würde den Aspekt einbringen wollen, dass wir an einer Zeitenwende stehen. Früher war das kulturelle Erbe knapp, beziehungsweise der Zugang dazu war knapp. Das verändert sich mit der Digitalisierung und dem Netz. Diese Knappheit besteht eigentlich nicht mehr. Wenn es ein Bibliotheksexemplar gibt, dann kann das genau eine Person ausleihen. Auf Europäer, Google Books oder allen vergleichbaren Plattformen können es sich alle Leute gleichzeitig angucken. So viel zur Zukunft, wenn es um die bestehenden Güter geht und darum, wie da der Zugang zu organisieren ist etc. Finde ich sehr interessant die Arbeiten von Elnor Oeström, der Ökonomie-Nobelpreisträgerin, die als Common Pool Resource sich Gedanken darüber gemacht hat, sehr viel geforscht hat, wie in wüstenartigen Umgebungen Wasserressourcen damit umgegangen wird oder mit Fischereigründen etc. Also unter Beteiligung aller der relevanten Akteure das auszuhandeln und entsprechende Zugangsmechanismen zu schaffen. Herr Schildhauer, ich gehe gleich weiter zu Ihnen. Was denken Sie denn, was bedeutet Internet und was bedeutet die digitale Realität dafür, wie heute kulturelles Erbe entsteht und was hat sich dadurch geändert? Besonders bemerkenswert finde ich, dass wir durch die eben auch schon nochmal angedeuteten Plattformen die Möglichkeit haben, heute Kulturgüter ganz anders zu erstellen. Also vieles wird viel kollaborativer heute schon generiert. Wir erleben halt beispielsweise von der Seite jetzt der Universität der Künste sehr eng in Zusammenarbeit mit unseren Musikern, dass hier einfach auch Kulturgut im musikalischen Bereich heute viel schneller einer Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wird, viel schneller auch kooperativ und kollaborativ verarbeitet wird. Und damit entsteht sozusagen von vornherein eine andere Form der Generierung von Kulturgut und es entsteht sofort zeitgleich fast der Zugriff, den der Max eben auch beschrieben hat, auf dieses Kulturgut. Und das ist einfach ein Paradigmenwechsel, mit dem wir derzeit auch in der Forschung versuchen umzugehen, indem wir halt all die Faktoren, die da eine Rolle spielen, natürlich auch die Frage, wem gehört das dann, was wir hier noch weiter diskutiert werden, als ein wesentliches großes Fragezeichen, mit dem wir uns auseinandersetzen. Vielen Dank, Frau Hagedorn-Saupe. Wie sieht das aus? Gehört nicht das kulturelle Erbe den Institutionen, die das so lange bewahrt haben, das so lange geschützt haben? Und ist das nicht irgendwie ungerecht, wenn jetzt plötzlich ganz neue kommen und damit ganz neue Sachen probieren und das in neue Zusammenhänge stellen? Wie positionieren sich denn die traditionellen Institutionen in diesem Prozess? Naja, das kulturelle Erbe gehört uns allen und wirklich uns allen und nicht nur den Kulturerbeeinrichtungen, aber um den Namen der Ehre zu tun, Kulturerbeeinrichtungen in dem Fall, also unsere Aufgabe ist es, die Dinge zu bewahren und zu erhalten, sodass sie auch nachfolgenden Generationen noch zugänglich sind. Und das stellt die Kultureinrichtungen in ziemlich große Herausforderungen. Zum einen der Aspekt der neuen Möglichkeiten mit der Zugänglichmachung, die wir wollen, denn an sich Kulturerbeeinrichtungen, Bibliotheken, Museen sind öffentlich für alle. Das ist so. Die Archive sind in der Regel zugänglich für alle, vorausgesetzt die rechtlichen Rahmenbedingungen erlauben das. Und mit der Digitalisierung haben wir da deutlich erweiterte Chancen. Und diesen Zugang zu ermöglichen. Die neuen, je neues Kulturgut, das gleich digital entsteht, tut natürlich dann die Kulturerbeeinrichtungen vor ganz andere Herausforderungen stellen. Jetzt muss man sich überlegen, wie bewahrt man diese direkt genuinen digitalen Elemente. Also von daher denke ich, ist es eigentlich keine Frage, wem es gehört, das ist klar. Die Frage ist, wie kann man es am besten bewahren, wie kann man es am besten zugänglich machen und wie steht es im Kontext der politischen Erwartungen, die an uns auch durch unsere Träger und durch die Politik gestellt werden. Das Bundesarchiv hat, Sie haben ja gerade eine ganz schöne Geschichte erzählt, darüber, wie nicht Scheitern als konstitutives Element für Erfolg gelten kann, sondern dass auch im Umkehrschloss Erfolg, nämlich eine unglaubliche Verbreitung von Bildern, dazu führt, dass ein Projekt scheitert, weil ein solcher Missbrauch dadurch offensichtlich wird. Was denken Sie, was heißt das letztlich, wenn Sie mal von Wikipedia abstrahieren, was bedeutet das für die Zugänglichmachung von Kulturgut? Ist es einfach gefährlich, zu erfolgreich zu sein und den Zugang zu den Schätzen in den Archiven zu leicht zu machen, weil man dann zu viele Schwierigkeiten kriegt? Oder müssen wir uns daran gewöhnen, dass wir solche Schwierigkeiten haben, ob nun mit Wikipedia oder mit anderen Partnern oder auch nur alleine? Wir sehen uns ja in erster Linie, genau wie Frau Hagel und Saub gesagt, als Informationsbewahrer und Vermittler. Wir bewahren und ermöglichen den Zugang zu Kulturgut, zu historischen Dokumenten. Das ist unsere erste Aufgabe. Das haben wir in erster Linie natürlich über unsere eigene Webseite gemacht, machen wir auch in Zukunft. Und die Konsequenz aus dieser Kooperation mit Wikimedia wird jetzt nicht sein, dass wir nicht mehr ins Netz gehen, ganz im Gegenteil. Es wird, das hat mir der Präsident nochmal ausdrücklich aufgetragen zu sagen, es wird ein digitales Bundesarchiv geben. Wir werden also nicht nachlassen in unseren Anstrengungen, Archivgut online zu stellen. Da haben wir bisher natürlich keine Zahlen, die mit Google konkurrieren können, aber zwei Millionen digitalisierte Seite Akten, 180.000 Fotos sind schon mal was. Und das werden wir weiter tun. Denn es ist unser gesetzlicher Auftrag. Also wir haben den Auftrag, Archivgut zu sichern, zu bewahren, nutzbar zu machen. Gut, dass die wissenschaftliche Verwertung da so ein bisschen unter die Räder kommt, angesichts des Zuspruchs, der uns ja dann auch freut. Das ist dann so. Wir werden allerdings etwas zurückhaltender sein, was den Umgang mit urheberrechtlich oder rechtlich problematischem Material angeht. Und da werden wir natürlich Konsequenzen aus diesem Projekt ziehen, das ist ganz klar. Denn es ist ja nicht nur das Urheberrecht, sondern es ist halt auch Persönlichkeitsrechte, die durch Akten betroffen sind. Selbst durch Findmittel, also durch die Hinweise, wie man diese Akten finden kann, selbst das kann rechtlich problematisch werden. Da werden wir vorsichtig agieren, das ist klar. Aber wir werden auf keinen Fall den Zugang erschweren. Oder jetzt auf einmal sagen wir, wir gehen nicht mehr ins Netz. Oder das auf keinen Fall. Vielen Dank. Frau Hostmann, als Historikerin, wie beurteilen Sie das? Sie sind gewohnt, sehr kritisch an Quellen zu gehen, Authentizität zu prüfen. Und Sie hatten in der Vergangenheit da im Grunde bewährte Partner. Das waren die Archive. Da konnten Sie hingehen. Das war nicht immer leicht. Das haben Sie auch beschrieben. Aber das hatte doch eine gewisse eingespielte Routine. Mit einmal sind Sie auch und gerade durch das Netz mit einer Vielzahl von Quellen, aber auch mit ganz neuen Möglichkeiten des Zugangs konfrontiert, bei denen diese eingespielten Mechanismen der Überprüfung der Quellen gar nicht mehr funktionieren und vielleicht auch gar nicht funktionieren können. Wie gehen Sie damit um? War es nicht vielleicht eine gute Zeit, als das kulturelle Erbe den Archiven gehörte und man sicher sein konnte, dass das, was Sie einem darüber sagten, auch stimmt? Ja, das ist tatsächlich etwas schwierig. Also ich spreche jetzt mal frecherweise für die Historikerschaft, dass wir uns da auch neu positionieren müssen, was das anbetrifft. Auf der einen Seite bin ich sehr froh, dass wenn ich zu Hause am Schreibtisch sitze und etwas, was ich brauche, in digitalisierter Form vorfinde und mir schon mal Gedanken darüber machen kann. Auf der anderen Seite bleibt dann tatsächlich immer noch so ein Rest von ich möchte auch gerne das Original sehen. Ich möchte bei Fotografien zum Beispiel auch die Rückseite sehen. Ich möchte das anfassen, ich möchte wissen, was da noch alles drumherum ist und möchte mich nicht darauf verlassen, was durch technische Strukturen ins Netz gestellt wurde. Und auf der anderen Seite auch noch, das haben wir vorhin bei dem Vortrag über das Bildarchiv gehört, was passiert, wenn es halt in falsche Richtungen geleitet wird oder wenn der Geist erst mal aus der Flasche rausgelassen ist. Wo kann man all die Sachen wiederfinden? Und wenn ich dann auf einer obskuren Seite etwas finde, was mich eigentlich interessiert, dann muss ich mir ja schon fast immer über die Schulter gucken, dass keiner hinter mir steht und sieht, auf was für komischen Seiten ich da jetzt gerade surfe. Sondern tatsächlich würde ich jetzt von mir aus sagen, vertraue ich dann doch eher dem Archiv. Also dass ich gerne in dieses Gebäude reingehen möchte und einen Aktendeckel aufschlagen möchte, weil ich weiß, also das ist jetzt erst mal das, was ich auch dann haben wollte, was ich mir gerne anschauen wollte und es ist noch nicht vorgeformt durch Digitalisierungsprozesse. Vielen Dank, Herr Becker. An Sie die Frage, was müsste passieren, oder was glauben Sie, was müsste gemacht werden, damit der Zugang zum kulturellen Erbe, zu dem, was an kulturellem Erbe vorhanden ist, durch das Netz auch in Zukunft oder in Zukunft besser gesichert und besser möglich ist? Ja, ich würde sagen, da müsste mal viel passieren. Also es wurde vorhin angesprochen, dass Kultur Erbe gehört oder soll uns allen gehören. Das stimmt schon mal natürlich nicht. Heute Vormittag wurde dankenswerterweise von Till Kreuzer die Frage von Intellectual Property Regimes angesprochen. Also sozusagen Zugangsbeschränkungen haben sehr viel damit zu tun. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das nicht so in den Vordergrund stellen. Ich habe selber über viele Jahre zu diesem Thema auch publiziert und Veranstaltungen gemacht. Es langweilt mich inzwischen schon. Tatsache ist, dass diese Werke der Klassik, die wir heute teilweise angesprochen bekommen haben, heute gar nicht mehr produziert werden können nach den neuen Copyright-Gesetzen, weil Shakespeare hat noch seitenweise aus Ovid zitiert. Beethoven, alle haben geklaut, wie es nur geht. Die berühmtesten Werke der Rap-Musik aus den 80er Jahren könnten heute nicht mehr produziert werden, weil die Copyright-Regimes verschärft worden sind. Aber das ist eigentlich jetzt gar nicht so sehr mein Thema, sondern wenn wir sozusagen über dieses Kulturerbe sprechen, wem das gehört, also soweit ich das Erbrecht kenne, gibt es auch die Möglichkeit, ein Erbe auszuschlagen. Ich würde mal in die Richtung argumentieren, weil die Frage ist, was für eine Suppe wird hier angerührt? Sind sozusagen die Liabilities größer als die Assets oder umgekehrt? Wie konstituiert sich dieses Erbe? Das wird sozusagen auch bei dieser Veranstaltung aus meiner Sicht nicht ausreichend angesprochen. Ich selber habe in verschiedenen Funktionen schon mit Datenbanken zu tun gehabt, sowohl in der Umsetzung als auch in der Beratung. Ich habe sehr vielen Leuten abgeraten von Datenbanken, beziehungsweise habe ich sehr viele dieser Projekte scheitern gesehen, vor allem dann, wenn sie sich mit lebendigen Dingen beschäftigt haben. Ich interessiere mich mehr für lebendige Kultur als für tote Kultur, muss aber feststellen, dass sich eigentlich tote Käfer für Archive am besten eignen. Also wenn wir zum Beispiel in Naturkundemuseen schauen weltweit, dann werden wir ganz große Sammlungen von toten Käfern finden. Ganz einfach deswegen, obwohl die Käfer im Vergleich zu den anderen Spezien nicht mehr vertreten sind, sondern im Gegenteil weniger. Schlicht und einfach deswegen, weil Käfer einfach zu sammeln und zu kategorisieren sind. Deswegen gibt es sozusagen eine Welt aus toten Käfern. Das ist ein bisschen ein Problem, glaube ich. Ich merke, dass sozusagen, da wurden technische Lösungen angeboten. Diese technischen Lösungen mögen jetzt gut funktionieren oder auch nicht. Ich sehe, also ich meine, ich bin bei vielen auch akademischen Konferenzen und merke, dass sozusagen die entsprechenden Interessensgruppen sich immer ein Forum verschaffen können. Wie hier zum Beispiel auch eine große Firma wie Google. Ich habe allerdings noch nie erlebt, dass sozusagen meine kritischen Betrachtungen eine derart derbe Pflegelei ausgelöst haben. Was mich sehr gefreut hat, weil das meine These unterstützt, dass Google böse ist. Ich muss einfach auf eine gewisse Gerechtigkeit der Beiträge antworten. Aber ich möchte das einfach nutzen, um eine Bitte zu äußern, die sich jetzt an alle richtet. Es hat, glaube ich, keinen Zweck, in sozusagen nachreligiösen Kategorien von dem Bösen oder dem Guten an sich zu reden. Google sagt von sich selbst, dass sie nicht evil sind. Deswegen spreche ich darüber. Ja, ich weiß, ich verstehe auch die Andeutung. Sondern das, worum es doch gehen muss und worüber wir hier sprechen sollen, sind ganz konkrete Dinge, die getan werden oder nicht getan werden und ob die richtig sind oder falsch sind. Ich möchte deshalb sozusagen nochmal den Bogen zurückschlagen. Wir hatten hier angefangen mit der Analyse, dass es für diese Frage, wie geht man mit kulturellem Erbe in der digitalen Welt um, plötzlich drei verschiedene Akteure gibt, die dort auftreten. Das ist etwas wie Wikipedia, etwas aus der Zivilgesellschaft entstehendes, ganz Neues, ganz Dynamisches. Das ist plötzlich etwas Kommerzielles wie Google und das sind die traditionellen Institutionen. Wir haben eben von Frau Horstmann gehört, dass sie dann doch ganz gern nochmal in den Archiv geht und guckt, ob das wirklich zwischen den Aktendeckeln ist. Mich würde jetzt interessieren, also gerade nach dem, was wir die zwei Tage hier gehört haben, was, wie muss sich das Selbstverständnis oder wie ändert sich das Selbstverständnis der Akteure, die in diesem Prozess beteiligt sind, wie muss es sich ändern, wie hat es sich ändern und wie wird es sich ändern? Ich könnte das gleich Frau Hagedorn-Saube fragen, auch Frau Horstmann fragen und ich würde das vielleicht als so einen Vorschlag für Fragen auch ans Publikum dann geben. Ja.